Auswärts bei Novi Pasa. Ich kenne ja hier den Verein, die Mannschaft. Ich weiß, dass sie sehr engagiert hier gearbeitet haben, auch beim Spiel hier. Es ist ein schweres Spiel gewesen. Wir wussten, ein Fehler kann das ganze Spiel entscheiden. Wir haben abgewartet und wurden auch belohnt. Viele kleinliche Fouls, aber der Schiedsrichter hat ein gutes Spiel gepfiffen. Der Auswärtssieg für uns geht klar. Wenn der Drops noch nicht gelutzt ist, dann ist es noch nicht vorbei. Jeder hat noch Möglichkeiten. Ich stelle mir vor, wir verlieren jetzt die letzten fünf Spiele. Dann können wir noch mal rankommen. Aber es sind jetzt nur noch fünf Punkte auf Novi. Die anderen kommen jetzt auch noch, Hilal und Gato. Ich weiß jetzt nicht, was sie gemacht haben heute. Uns interessiert es nicht, was die anderen machen. Wir gucken auf uns und dann werden wir weiter sehen. Wir haben das klare Fokus und das Ziel, nächste Saison in die Berlin-Liga aufzusteigen und zu spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.